jetzt aufnahme sehr gut noch und dann zähle ich hinter ja was ich immer krass finde manchmal funktioniert das dass man im augenwinkel ein zombie sieht zieht rechts rüber ballert und trifft gleich zu meinem gegner auch und wenn er dann manchmal von vorne den gegner treffen willst also kaum eine chance irgendwie das ging mir ja vorhin da am boot so der tänzelte von mir rum und eigentlich der hat sich auch noch verbunden das heißt ich hatte auch noch zeit während er sich verbunden hat und ich habe überhaupt nicht getroffen das ist manchmal recht gut so tagesform abhängig noch ja definitiv die tagesform ist immer schlecht ok das war aber knapp und die richtung so ja finde ich gut ok war er schon wieder immer gute erfahrungspunkte ich weiß auch nicht wie die heißen muss ich mal irgendwie wenn man die monster angucken genau und dann wird er in sonnen in einem ladebildschirm wird da vielleicht noch mal gezeigt im dunkeln spiel ich tatsächlich nicht so gerne das ist ja das ist auch nicht so meins was soll ich dachte schon wer bewegt sich da denn soll ich die mal weg sprengen so zwei magazine habe ich auf ihn geballert ja das ist der aushält er jetzt müsste ich ja super gerade sagen jetzt müsste ich ihn auch haben ja der also das ist echt der hält oh hier ist schon der menschler drin auch immer den mal weg manche ja jetzt gut 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 kommen draußen mal ein zombie noch mal platt geschossen oh er brennt das liebt er ja das ist echt ganz gut wenn man da immer in bewegung bleibt bei ihm ja also bei dem auf jeden fall ohne reiner reflex im gewesen bei mir oh jetzt hat er mich mal angeritzt wo war denn jetzt hier wo ist er denn der miss sack ist hier oben bei mir gerade wieder abgehauen ich habe ihn nochmal angefackelt wo ist er denn jetzt schon wieder auch hier unten bei mir wieder angeritzt das ding ich brauche munition ist ein problem die ist leer die kiste ja das scheiße hier gibt es auch echt nicht viel munition ja wo steht jetzt hat er mich auch oh Mist gleich ist er hinüber ich höre 100 draußen ne ja hast du ihn hast du ihn hast du ihn? ja ich verbanne ihn Marco ah sehr gut dann suche ich hier oben mal muss ja irgendwo noch munition sein ne es gibt hier nichts ne irgendwie okay oh ja ich höre hunde oh ja ich höre hunde oh ja ich höre hunde ich geh mal hoch auf den kirchturm da habe ich eine super sicht und ein scharfschützengewehr okay prima und ich werde schon mal noch alter ich werde draußen nochmal ein bisschen gucken nach munition mach das mal weil das macht keinen sinn hier oben zu bleiben glaube ich das ist viel zu eng hier oh oh jetzt bin ich hier oben am wagen und komme gar nicht weg ich habe ja keine munition ich kann die ja nicht erschießen die hunde ja warte mal ich kann mal ach da warte ich mach sie gleich tot ich hoffe zumindest oh nein jetzt sind sie wo sind sie denn einer ist weg jetzt den anderen oh Gott die fressen aber auch echt was ah danke gut kann ich jetzt hier draußen nochmal schnell munition suchen ja ich geh mal runter oh nein ich bin zu blöd ach warst du das ja okay das ist ja geil so erinnert mich so ein so ein altes horror hörspiel ich wollte runter klettern und dieses seil ist direkt neben der leiter ja hier ist nichts äh keine munition ne das ist echt ätzend ich hab auch nur noch vier schuss ich brauchte nur eine munitionskiste ne hier oben ist wirklich nichts das ist das ist das verstehe ich wirklich nicht ja ich guck mal hier drüben irgendwie hier ist ja auch noch so eine art gebäude das ist ja auch noch runter geht in den keller oder so okay hier ist so ein dunkler gang hier ist gleich verbannt komm mal rein ah warte aber ich hab munition hier ist auch noch was so warte mal den komm muss ich mal reinkommen geh ich hier mal nach oben wird das fenster reinge ja 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 sehr gut hier wohl hier direkt vor der tür ist eine achte scheiße ich darf mal eine handgranate hat ihn irgendwie nicht beeindruckt wusste denn jetzt habe ich die tür aufgesprengt rennst du ja direkt vor uns und mal raus da war er ja gut hier kannst du nicht sagen das ist eine luxusrunde zeigt wieder die waffen an ich will nur plündern so jetzt kommen kommen wir haben keine zeit einfach einmal verbrauchsgüter habe ich bekommen so sieht gut aus sichtmäßig also ringsherum ich habe aber auch keine sicht mehr ok dann können wir hier raus genau oh nein ich habe auch noch seine waffe genommen ich muss zurück ich habe mich hier mal in der ecke falls wer kommt so ging es mir auch ich stand über ihn und er hat mir die waffen angezeigt und ich dachte ich will ich doch gar nicht haben ich will ihn doch nur plündern wie schnell der seine waffe nimmt also das ist ja plündern dauert immer drei stunden weißt du ja ich komme nur die richtung müssten wir jetzt hier hast du noch sicht zwei jahr zwei sekunden auch im ort ne doch nicht dachte schon dass wenn die mordler doch da vor uns ist aber einer und da rennt herum wie so ein angestochenes schwein das ist wieder so weißt du der tut jetzt so dämlich und wenn du näher ran gehst kommt dann wieder auf 1 zu sehr gut ich habe in der pistole nur noch zwei schuss dann hoffen wir mal dass keiner da gleich vor uns ist ja dann müssen wir den aufmessern wie der typ mit dem schlagring das nenne ich mal timing oder wie der eine der mich da hinter der tür direkt weg gemäuchelt hat wo ich hinterher gerannt bin so ich gucke jetzt gleich mal ob hier jemand ist hier ist keiner wir können durch ok super ich hoffe ich habe richtig guckt die kutsche sieht doch geil aus jetzt mit den lichtern ach ist gar keine kutsche das ist ja der wagen die war richtig erfolgreich neun acht sieben sechs fünf vier drei zwei eins hello kölle alauf sehr schön geil